Moin, ich bin Steffen und wir machen heute mal was ganz Verrücktes und reden über PC-Hardware. In unserem Onlineshop könnt ihr aus allen möglichen Herstellern eure Konfiguration zusammenstellen, aber manchmal ist es ziemlich schwierig durch diesen Spezifikations Dschungel zu finden und deswegen möchte ich euch heute dabei helfen, indem ich euch erkläre, welche Vorteile ihr davon habt, wenn ihr sowohl die AMD-CPU als auch die AMD-GPU wählt. AMD produziert großartige Gaming-CPUs und hat vor allem mit der Einführung von 3D-Cache einen großen Schritt für uns Gamer gemacht. Der Prozessor-Cache ist nach dem Prozessor-Register der zweitschnellste Speicher in deinem PC. Weil für eine optimale Kommunikation dieser Cache direkt auf der CPU sitzt und platzt dort ein rares Gutes, hat AMD eine Technologie entwickelt, mit der sich der Cache stacken lässt, also übereinander stapeln. Das ermöglicht eine höhere Kapazität bei gleichem Platzverbrauch. Dadurch, dass die CPU auf mehr Daten schneller zugreifen kann und damit die GPU schneller mit Daten versorgen kann, führt das Ganze zu einer erhöhten Performance, also mehr FPS und einer geringeren Latenz. Bei AMD-Grafikkarten denkt man an große Leistungen zum kleinen Preis und vom Einstiegs- bis zum Premium-Segment findet jeder die richtige Karte für seine Ansprüche. Besonders cool ist, dass man sich über einen kostenlosen Leistungsbonus freuen kann, wenn man auf eine AMD-CPU mit einer AMD-GPU setzt. Das Ganze heißt Smart Access Memory, kurz SAM. Mit dieser Technologie kann die CPU auf deutlich mehr Grafikkartenspeicher zugreifen und der GPU damit mehr Daten zur Verfügung stellen. Das sorgt für ein ordentliches Leistungsplus von bis zu 15% und dadurch ein flüssigeres Spielerlebnis. Hier seht ihr den Benchmark von Call of Duty Modern Warfare 3, einmal mit SAM aktiviert und einmal deaktiviert. Ob SAM aktiv ist, könnt ihr in der hervorragend nutzbaren Adrenalin-Software sehen. Da könnt ihr außerdem all eure anderen Einstellungen vornehmen, streamen oder Dinge aufnehmen oder auch eure Leistungsdaten überwachen. Konfiguriere also heute dein AMD-Komplettsystem bei uns im Online-Shop und genieße alle Vorteile aus dem Zusammenspiel von AMD-CPU und GPU.